Wow, der Tag fängt gut an, wir spielen Geisel und es gab kein Spielersuchefehler. Also ein Fehler bei der Spielersuchefehlerei oder so ähnlich. Und damit von der Seite und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Jetzt haben wir so oft Geisel gespielt mit Terroristenjagd, jetzt kommt Geisel hier. Ich muss bei Hammermann noch die Schrottwinde rausnehmen irgendwann. Mach das. Man könnte meinen, es gibt heute eine Bope-Herausforderung. Vier Runden. Ich muss die Kacke gewinnen, so wie mit Alibi letztens. Da hast du 40 Runden gewonnen, es hat bloß zwei gezählt. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Ich bin überm Hammam. Hammam. Nam 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 nam. Nein. Was machen die denn da drüben? Oh Gott, die haben Vigil den Arsch. Ah, Vigil ist immer da. Hallo. Lesion. Ist das der Rekrut, den wir nicht haben? Hm. Noch zehn Sekunden. Der Maverick. Der Maverick. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Außen modernes Dach. Geisel gesichtet. Mal gucken, ob das... ...ob das Maestro nochmal sagt, diesen Sledge-Spruch. Irgendwann mal. Wenn ihr Sledge seht, nicht auf ihn schießen, er bekommt schnell blaue Flecken. Keine Ahnung, was ist. Ist irgendwie ein Spaß, den die miteinander haben. Scheint es mir so. Oh, Maverick hat sich schon bewegt. Die Kamera bei dir hast du, ja? Hast du gerade gesagt. Dann alle Außenkameras kaputt. Hier ist Samam. Ungern an dem Fenster eigentlich, bei einer Luke, aber... Da müssen wir oben bei Esch rein. Oder hier bei der Tür. Ich fahr mal hier bei mir der Tür rein. Vigil ist irgendwo halb in der Nähe. Leichtes Rauschen, ganz leichtes Rauschen hier. Aber direkt vor der Tür ist niemand. Aufgeschlagen. Ja, das war ich. Ich guck mal zur Tür links von uns. Ich komm jetzt mit rein und guck dann einen Gang runter. Kamera hab ich. Gapsfrau könnten sie noch haben. Die Musik macht einen Lärm. Gut, jetzt nicht mehr. Wir können eigentlich die Treppe hier runter, weil da bin ich auch mit der Drohne recht schnell zum Ziel gekommen. Ja, ich pass auf der anderen Seite auf. Ich guck mal weiter hinter den Gang. Oh, hier röchelt jemand. Ich guck mal ins Schlafzimmer rein. Ich glaub beim Treppenhaus ist jemand. Krapfschraub ist tot. Ich glaub das hier oben im Schlafzimmer. Ich hab mal hier oben Luft hier platziert. Wer war's klar? Den hab ich. Okay. Äh. Sieht nach Rekrut aus. Sprengbereich räumen! Kamera über uns an. Habste, habste. Er hat mich schon entdeckt. Mich auch. Stoßgerät platziert. Eine Minute haben wir noch. Und Guminmann kann fleißig verteilen. Ey, scheiße. Ich mach hier mal die andere Seite auf. Ah ne, hier ist komplett zu. Schade. Hier ist auch zu. Ich geh mal hinter dir lang und guck dir den Gang weiter rein. Wo Eich ist. Ja, mach das. Und wer beschossen. Ich guck das Treppenhaus hoch. Mein Gegner verbleibt. Ich fahr mal mit der Dronne vor. Noch ne Gummine. Linker Türrahmen. Linker Türrahmen ist ne Gummine. Typ ist beim Ofen. Direkt bei der Geisel. Ich komm jetzt reingarannt. In der Ecke. Genau in der Ecke. Ah. Schafft das Äsch? Nein. Sie kommt zu spät. Du musst doch gewinnen, Mensch. Mensch, du musst doch gewinnen. Spiel mir schon mal Geisel. Da wird's auch noch spannend. Ich hätte ein Brandpfeil da hinschießen sollen. Bist du schon Kapital und nutzt den gar nicht. Ja. Ich hab alle... Aber dann bist du vorgerannt. Hm. Oh, ein falschen Moment. Ich hatte am Ende noch den Lufthieb, glaube ich, an. Auf jeden Fall hat er nochmal die Waffe bei mir gewechselt, als ich schießen wollte. Äsch war irgendwo um nirgendwo. Die Geisel muss gesichert werden. Dann sind wir auch an der gleichen Stelle. Oh, wir haben Frau Frosten. Ich hab ein Schild. Die Position der Geisel ist bedroht. Bereit machen. Es bleiben noch 10 Sekunden. Noch 5 Sekunden. Kamera fährt rein. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Ich guck Kameras. Was ist doch da hinten? Hallo. Maverick. Hm. Die zeigen sich leider nicht groß. Na, nein. Bereit. Nicht kaputt machen, Frau Frost. Vielen Dank. Also, links um die Ecke ist niemand bei dir. Herzschlag, man sucht nach Feinden. Herzschlag, man sucht nach Feinden. Aber er sucht doch nach Feinden. Was sind die denn? Oh, die haben Ibarna. Hoffentlich kommt sie nicht zu mir. Kapital haben sie auch. Die kommen hier bei mir schon an am Gamping. Sind zwei Leute zu hören, mindestens. Candela kommt. Ying. Nochmal. Ach, Mist. Und ich haben sie auch. Oh, ne, Gummina wurde gefunden. Ich bin geblendet. Die sind schon im Raum drin. Ach, Mann. Die hat mich umgebracht. Kann man sich nicht einfach die Augen zuhalten? Nein, die haben die... Hast du die verletzt? Ne, die Gummina. Ups. Die sind mit der geißelischen Gummina. Und Gummina. Da ging es aber ab. Ich habe das gar nicht alles mitbekommen. Ich habe gesehen, Gaisel verletzt. Dann durch die Gummina womöglich. Ich habe... Ich habe... Eigentlich ja... Er ist dann mir vorbeigerannt. Als ich die Gaisel verletzt habe, hat er sie ja fallen lassen. Dann habe ich ihn noch verletzt. Irgendeiner hat ihn mir dann weggenommen. Okay. Und dann kam er... Mann, das hätte ich jetzt sehr gerne gesehen. Gaisel ist so ein toller Spielmodus. Naja. Doch, doch, doch. Zumal sich dein Ort der Verteidigung ändern kann, wenn die mit der Gaisel losrennen und dann währenddessen die Gaisel fallen lassen. Das ist doch wirklich sehr selten, aber das finde ich cool. Dann musst du auf einmal einen ganz anderen Raum verteidigen oder einen Gang. Wir müssen die Gaisel lokalisieren. Ich gucke mal, ob die da wieder sind, wo wir gerade waren. Na, das sieht ruhig aus. Küche sind sie nicht. Hallo. Hier bei mir sind sie auf der gleichen Ebene, aber andere Seite des Flurs des Gangs da irgendwo. Für ein Ferdgeschoss. 10 Sekunden bis Einsatz. Da, roter Ping. 5 Sekunden bis Einsatz. Hena steht da draußen rum. Na, was machst du denn? Irgendwo im Erdgeschoss. Ja, toll. Ich kenne mir die Map noch nicht. Nee, ich auch noch nicht so gut. Ich glaube aber nahe des Haupteingangs ist das. Alle Außenkameras kaputt. Na, vielleicht doch nicht in der Nähe. Im Hammam sind die? Okay. Ich komme mal zu euch dahinter. Da würde ich nämlich auch ganz gerne rein. Ich einfach Kilometer fresse. Und die Para schießt. Das hört man. Na, sag mal. Genau. Ihr seid ja auch noch nicht weit gekommen. Ja, da hängt. Ich fahre mit der Drohne mal vor. Also in dem Raum ist niemand. Ist nämlich schon tot, der Vigil. Treppenhaus oben ist auch niemand. Zumindest nicht in unmittelbarer Nähe. Gang hinter zu Chakal ist auch frei. Warum will der hier aufbrennen? Hier war doch eine Kamera. Oder war die in einem anderen Stockwerk? Jetzt krabbelt er da durch. Knappe zwei Minuten noch. Okay, die war hier hinten. Hier im gelben Pingraum ist jemand zu hören. Stoßgerät platziert. Also wie gesagt, hier gab er Pingraum ist irgendwas. Da ist es. Getot. Da links. Noch eins. Links in der Ecke. Okay. War Kapi-Kapkan, meine ich. Kapi-Kapkan. Er hat einen Nitro geworfen, der Arsch. Kommt der mal vor? Oder war das... Ach, keine Ahnung. Kapkan könnte schon sein mit C4. Jetzt bringt er noch einen um. Auf den Boden, auf den Boden, auf den Boden, auf den Boden. Der L-A-Kram hat mich verlangsamt. Ne, hab ich nicht. Oh Mann. Ziemlich offensichtlich auch noch. Eigener Druck wurde eliminiert. Da war ein L-A-Kram. Mann, ey. Da ist sie auch noch. Wie so ein Flummi. Kannst du ja da nicht einfach reinreißen, Mann? Ich hab's überlebt, das C4. Das nicht gezündet hat, wahrscheinlich. Weil er grad nachgeladen hat. Da hat er mich umgeschossen. Aber ich hab's im Augenwinkel unten auf dem Boden. Ah, für solche Details hab ich keine Zeit. Ich hab nur das Fleisch im Blick. Hättest du ja mal wegcheaten können. Du hättest doch Hände frei zum Schreiben. Ich hab's dir nur gesagt. Direkt, da brauch ich nicht schreiben. Ach, das sind langweilige Cheats. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Sie müssen weitergeben. Hier ist ein Radio an. Hm, oh Mann. Schiebt die mich jemand weg? Randbefestigung beendet. Standort der Geisel in Gefahr. Angriff steht direkt bevor. Es bleiben 10 Sekunden. Eck. Boah, hier kommst du nicht. Na. Ach, hier ist auch eine Kamera-Durchfahrt. Mist. Hm? Ach Mann, dein Wagengegner. Am Haupteingang kommen sie an. Haupteingang ist im Norden. Im Norden. Ich lass sie da gucken. Na, wo ist die Kamera? Hibana haben sie auch. Hm. Hm. Da komm ich ja auch mit den ganzen Durchfahrten. Was? Wo hab ich die jetzt hingeworfen? Ich wollte eigentlich nach der Kamera gucken. Ich lade ein neues Magazin. Nein. Oh nein. Ach komm, ey. Scheiße. Ein niedergeschossen, dann kam da noch zwei andere plötzlich an, ey. Scheiße, ey. Kommen jetzt alle drei da, wo der Pimmel ist. Alle vier. Ah, toll. Oh nein, das macht der da auch noch auf. Linke Tür jetzt, ey. Kammer ist tot. Linke Tür, linke Tür, linke Tür, linke Tür. Hm, ich hab hier drei Öffnungen. Ja, die sind alle da vor dir. Ups. Füße. Ein Gegner und weg. Das war ein Kackraum. Mann, ey. Aber 2-2. Und wir haben gewonnen. Sei glücklich. Guck, er ist glücklich, schreibt er. Ja, denke ich, eine 2 von 4 Obo wäre. Bestimmt hast du noch 0. Wolltest du jetzt Dock nehmen? Du hast jetzt Dock genommen, zufällig, schätze ich. Achso. Oh, nochmal der Raum. Mach mal, halt Dock. Kannst du mir ganz viele Spritzen geben. Ich geb dir eine. Die Position der Geil ist bedroht. Aber nicht mit der Pistole, wie ich bei dir mal auf Küste. Fast. Genau so. Au. Pst. Stachelbärdraht eingesetzt. 10 Sekunden. Die Geil ist verstanden. Kannst du jetzt im Herzen, im Herzen, schön gemütlich. Hätte noch eine Wand. Tja, wir haben aber so einen kleinen Raum. Okay, die kommen im Süden, am Süden, Süden. Böse Termit. Komischer Outfit. Pass auf, deine Füße sind da. Ja, aber die sind noch weit weg. Darfst du hier los. Die sind schneller, da halt zu denken. Hm, vor allem die Position ist kacke. Grappschst du jetzt? Kammer hier außen, ist schon kaputt. Das ist nicht gut. Da kommt schon jemand an im Flur. Da kommen mehrere. Mine gefunden. Nach links ist es gegangen. Hättest du eigentlich sehen müssen. Ich hab was Rotes gesehen, ja. Was Rotes. Ketchup. Die schießen am Schlitz durch, am rechten Ping. Da robbt jemanden lang. Hab noch was. Oh, Ash macht auf. Okay, die Mine war zu nah am Schild. Ash ist links. Mann, ist das spannend. Vielleicht kommt ne Gummi, ne? Ach nein, EMP. Nach rechts ist es gerannt. Äh, ich nach rechts. Nein, was? Wie? Ich hab nicht mal... Hä? Nee, der fliegt schon wieder. Ja, ich gehör nicht mal in Schuss, Junge. Ja. Nehmt's gut noch. Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Na, links von mir ist einer. Drohne fährt. Drohne fährt gerade. Nein. Echt mit dem G36C, glaub ich. Na, es ist G36C. Schade. Habt ihr gesehen, was der gerade geschrieben hat? Ich hab das nicht verstanden. Ne. Aber ich hab's auf Video. Also wenn er was geschrieben hat und der Chat gerade aktiv war... Ja. Hatten... irgendwas... langes geschrieben. Da hatten wir mal wieder Geiseln. Das war eine richtig spannende Partie. Auch wenn wir sie verloren haben. Das hat einfach Spaß gemacht. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss, tschüss. Nichts. 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 Nichts.